Verbringen Sie ein Familienwochenende im Eurospace Center für einen unvergesslichen Moment. Wir bieten Ihnen mehrere maßgeschneiderte Modelle von einem oder zwei Tagen, um Astronautentraining in einem unvergleichlichen Rahmen zu erleben. Erfahren Sie von den Anforderungen des Lebens im Weltall und testen Sie Ihr Wissen. Trainieren Sie an unseren zahlreichen Simulatoren, wie unserem Moonwalk-Stuhl, der die Mondanziehungskraft nachstellt. Der Mauer der Schwerelosigkeit, die einen Ausstieg ins Weltall simuliert. Oder aber dem Mehraxenstuhl mit seiner kleinen, netten Herausforderung. Sie erhalten ein Qualitätsessen in unserem Restaurant und eine wohlverdiente, erholsame Nacht in einem unserer Weltraumzimmer, bevor das Abenteuer losgeht. Am nächsten Tag Kurs auf Houston. Bereiten Sie sich auf den Start der Raumfähre vor. Die gesamte Familie muss zusammenarbeiten, um die Mission erfolgreich auszuführen. Eltern als auch Kinder helfen außerdem beim Bau einer Modellrakete. Jetzt sind Sie dran! 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 1, 2, 3